Die Dicken Dicken Unser Vati ist mit Gold nicht zu bezahlen, weil die Mutti von ihm alles haben kann. Er ist klein und rund, doch dafür sehr gemütlich, wenn ich groß bin, möcht ich auch so einen Mann. Ja, die Dicken Dicken sind ja so gemütlich und so friedlich und so niedlich. Ja, die Dicken Dicken sind ja so gemütlich und so friedlich und so niedlich und so nett. Neulich brannte es mal nebenan im Hause, zwei Minuten später kam die Feuerwehr. Doch als dieses Feuer dort schon lang gelöscht war, kam der Brandmeister gemütlich hinterher. Wenn der dicke Schutzmann Dienst hat an der Ecke, ja dann drückt er manchmal beide Augen zu. Selbst wenn die verrückten Autofahrer hupen, schimpft er nicht, denn ihn bringt niemand aus der Ruhe. Ja, die Dicken Dicken sind ja so gemütlich und so friedlich und so niedlich und so nett. Ja, die Dicken sind gemütlich und so nett. Ja, die Dicken sind ja so nett.